Also wenn ich tot bin und tot gehalten werde, aber eigentlich noch am Leben bin, also ich bin am Leben, aber es fühlt sich alles tot, kalt und herzlos an, ohne Wärme, ohne jegliches Naturell und ich weiß schon nicht mehr, wie es ist, eine normale Welt zu erleben, weil mit meinem Gen aus Deutschland hat sich das schlagartig gewandelt und zwar ab dem ersten Tag, wie ich in Thailand aufgeschlagen bin und das habe ich auch bemerkt. Nur das zu realisieren, dass das wirklich so ist, das hat lange gedauert, aber es ist definitiv, es ist wie...